PlayStation Plus wird teurer, PlayStation Plus Preiserhöhung, Preiserhöhung angekündigt, PlayStation Plus Sony macht PlayStation Abo teurer. Was ist mit Sony los? Ganz ehrlich, damals als ich mir die PlayStation 4 gekauft habe, habe ich mir wirklich ohne Scheiß überlegt, ob ich mir den Scheiß kaufe, weil man muss einfach online bezahlen. Ich verstehe eine Sache nicht. Wieso? Wieso auf Heiser Online steht, Sony erhöht den Preis von PlayStation Plus. Im Jahr das Abo zahlen konnten ab dem 31. August nicht mehr 50, sondern 60 Euro. Alter, einfach 10 Euro teurer. Die Kurzabos werden ebenfalls teurer. Das Monatsabo kostet 7 statt 8. Das dreimonatige Abo ist ca. 25 statt 20. Am 31. August soll die Scheiße für das Jahresabos 60 Euro statt 50 Euro kosten. Fucking 10 Euro mehr. Digger, 1 Euro mehr für ein Monatsabo? Und fucking 5 Euro mehr, wenn du 3 Monate bezahlst? Digger, what the fuck? Ich verstehe es halt nicht, wieso die überhaupt Geld dafür verlangen. Als man damals PlayStation 3 hatte, war es so entspannt. Du konntest PlayStation Plus haben, konntest dadurch Rabatte bekommen. Und das war's. Und die Leute, die darauf Bock hatten, konnten den Scheiß bezahlen. Die Leute, die darauf keinen Bock hatten, haben halt nicht bezahlt. Aber man konnte trotzdem online zocken. Jetzt ist es so, du Wurundsohn. Jetzt ist es so, dass man Geld dafür bezahlen muss, um online zu zocken. Und dann sind die so dreist und verlangen jetzt noch mehr Geld. Klar, okay. Wir haben jetzt in den letzten 1, 2 Monaten ein bisschen bessere Spiele für diese gratis Monatsspiele gebracht. Until down und keine Ahnung, was davor war. Egal, ne Scheiße, ja. Wer zockt? Digger, weißt du, ganz ehrlich, würden die Games raushauen, die neu sind und das für einen Monat gratis zocken zu dürfen, Digger, dann würde ich den Scheiß ohne Probleme bezahlen. Aber weil das Spiele sind, die fucking 3 Jahre alt sind oder so ein Scheiß. Die kein Schwein bockt, weil die einfach scheiße sind. Müssen wir jetzt sogar noch mehr Geld bezahlen? Das fuckt mich ab. Das fuckt mich ab. Ich hab doch keinen Bock, fuck, nur mal Geld zu zahlen, um online zocken zu dürfen. Ich hab fucking Kopfschmerzen. Das Playstation Plus Abo ermöglicht es, Besitzern einer Playstation unter anderem ihre Spiele im Online-Mehrspieler-Modus zu spielen. Bei vielen Titeln ist das absolut essentiell. Ja, natürlich. Das ist das Problem. Du kannst gewisse Spiele einfach nicht zocken, wenn du kein Internet empfangen hast. Deswegen kannst du zum Beispiel nur online spielen. Destiny kannst du zum Beispiel nicht irgendwie offline spielen oder so ein Scheiß. PS Plus Abonnenten bekommen außerdem jeden Monat kostenlosen Zugriff auf einige ausgewählte Spiele. Ja, Digger, Spiele, die scheiße sind, Mann. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Wir werden einfach Geld sparen, meine verkackte Playstation dann irgendwann mal verkaufen. Wir werden einen scheiß verkackten PC kaufen, meine PC-Gamer. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich fühle mich gerade dick verarscht. Das ist doch scheiße. Damals war alles viel entspannter. Mir geht das auf den Sack, ohne Scheiß. Ich gepid, Marker hätte easy Quad-Fit hätten können. Oh mein Gott, ich fick mein Leben. Keine Ahnung, Leute. Das ist einfach eine Sache gewesen, das ich einfach mal sagen wollte. Weil diese Scheiße fuckt mich enorm ab, als ich das heute Morgen gelesen habe. Ich dachte, ich verliere meine Nerven. Leute, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon hält. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch Playstation 4 Zocker seid, wie ihr halt die Sache seht. Aber das ist wirklich immens scheiße. Ihr habt darauf ehrlich keinen Bock. Ey, aber dann, weißt du, anstatt irgendwie zu sagen, ja gut, Leute, kommt, wir erhöhen die Preise um 50 Cent. Fucking 50 Cent. Mein Gott, dann hätte ich gesagt, so komm, Leute. Alles klar, aber ein Euro für einen Monat, fünf Euro für drei Monate und fucking 10 Euro für ein Jahr. Nee, ey, sorry, aber fickt euch. Egal, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ähm, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von der Scheiße hält, die gerade hier passiert. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Peace.